aufnehmen. Ja, ja, perfekt, perfekt, wunderbar, das ist das dritte Mal in zehn Minuten. Guck genau auf die Uhrzeit und das Datum. Alle fünf Minuten war das jetzt, ne? Das dritte Mal in alle fünf Minuten. Video nun. Atme ins Daffraum. Mal sehen, weil die bringen, zum Crushen, ohne wissen, wer der bekommt, der Gurbelbombe fand, finde ich. Mit vielen. Was hieß denn nämlich genau, wenn du resaving so anstehst? Cheater und Missgeburten. Weiß ich. Zonam. Zonam. Zonam.